Also er hat dieses Feindgefühl und dieses Geschwür, Menschen mitzunehmen. Und das geht ab der ersten Minute los und geht bis zum letzten Moment. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, freue ich euch zu sehen. Morgen, guten Tag, guten Tag. Willi? Ich bekomme Energie immer mehr, ich merke, wie die Begeisterung in mir aufsteigt. Und jedes Mal, wenn ich ein Seminar bei Daniel betrete. Wenn ich jemand bin, der immer nur neue Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, neue Möglichkeiten sieht, dann bleiben vielleicht die Details, die wichtig sind auf der Strecke. Und wenn ich das neutral wahrnehmen darf, sage ich, guck mal, ich bin echt immer nur neue Möglichkeiten und global von oben drauf. Dann weiß ich, habe ich einen Ansatz, ohne mich zu verurteilen, jetzt schaue ich auch mal ins Detail. Er bringt die Inhalte lebendig rüber, also es ist jetzt nicht so langweilig, runtergeludelt, sage ich jetzt mal. Es ist wirklich, man merkt einfach, er lebt das auch. Dann ist es gespeichert, dann ist es drin. Erster Reich ist gefährlich, wenn die Sympathie tropft. Das ist Sympathie, das ist Kofferherzen. Nickenreich, das brauchen keine zurückgeschickt werden. Dieser Raum ist für mich eine Art Energiedusche. Ich erlebe den Daniel einfach auch als einen sehr offenen Herzmensch, der mit Herz bei der Sache dabei ist. Es öffnet bei mir so Ventile. Ich laufe nicht mehr unbedingt normal durch den Gang, sondern es ist so offen, yeah. Wer legt das fest? Darf ich mir das aussuchen oder wird mir das aufgedrückt, mit wem ich aufs Zimmern vorbekommen? Warum muss der Bettniss ja mal oben schlafen? Er hat diese Fähigkeit, Menschen quasi die Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Und plötzlich haben ganz viele Dinge für mich Sinn gemacht. Oder ich habe es eben immer nur von einer Seite gesehen. Und der Daniel hat mir ja glücklich, dass ich mir meine andere Seite angeguckt habe. Und plötzlich habe ich mir gedacht, wow, das geht ja auch. Oder ich kann das und das miteinander verknüpfen. Und dann macht es noch mehr Sinn. Und ich möchte Folgendes sagen, wenn ich jemand bin, der vielleicht auch mal eine Existenzangst hat, und der sich vielleicht auch mal Sorgen macht, dass ich das annehmen darf. Und das ist vielleicht auch gar nicht so einfach. Und dass vielleicht auch die, die einen totalen Eindruck machen, ich gehe auf etwas zu, vielleicht im Ursprung weg von fliegen. Und meine Bitte an euch ist, das ist viel. Und ich brauche wirklich 100% eure Aufmerksamkeit für diesen Bereich des Seminars. Wir starten morgens direkt los, erarbeiten uns was in Gruppen, machen den nächsten Schritt. Erarbeiten uns was in Gruppen. Weil es hat wirklich keinen Zweck, wenn ich euch meine Argumente nenne. Weil dann ist es auswendig gelernt. Sondern wenn ihr euch mitgefasst, und wir werden Rollenspiele machen. Aber dann, ihn so in Aktion zu erleben, und vor allen Dingen dann auch in dem Kurs, eine ungendeine Minute zu haben, wo du sagst, ich habe ja noch schon einige Seminare besucht. Ja, und dann ist mir das so, jetzt kann ich es ja mal nach Hause gehen. Das kriegen wir uns alle mal so. Aber bei ihm ist es so, wie Pause. Was? Ich mache schon wieder Pause. Ja, also du saugst das richtig auf. Wir werden hier durch die Räume gehen, einer hat ein Schild dran Eltern, einer hat ein Schild dran Coach. Und dann, was waren sie denn da, was ist denn das? Echt? Und dann kommen wir wirklich in so eine Art Mary, dass ich das übe, 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 übe. Und da brauche ich auch irgendwie viel frische Luft und die Energie auch von euch zu sagen, das ziehen wir die zwei Tage richtig durch. Ich verspreche euch, nach den zwei Tagen ist die Kommunikation einfach nochmal eine ganz andere. Daniel leitet diese Ausbildung mit einer Begeisterung, die absolut anstrengend ist. Also ich finde, er braucht dringend ein eigenes Kabarett, eine eigene Show, denn er macht das mit einem schauspielerischen Talent, das wirklich beeindruckend ist. Ich finde echt, dass das Spiel ist. Und dann kommt der Blüter, klack, klack. Super. Es ist der geilste Olaf. 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 Bis zum nächsten Mal.